Hi, ich bin Markus, Redakteur beim Tonspion und ich freue mich sehr, euch ab sofort und jede Woche neu unseren allerersten Podcast präsentieren zu können. Happy Endzeit heißt das gute Stück und in jeder Folge, also jeden Freitag, habe ich das Vergnügen, mit einer Persönlichkeit aus der bunten Welt der Popkultur zu sprechen. In unserem Talk geht es um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Kultur, aber auch um den Alltag meines Gesprächspartners. Es wird also mitunter ein bisschen nachdenklich, aber immer gleichzeitig hoffnungsfroh. In Folge 1 starten wir mit dem Musik-Comedien Dr. Pop, dem der ein oder andere vielleicht schon vertraut ist durch das Radio 1 Programm. Außerdem erwarten uns Mine, eine wirkliche Ausnahmekünstlerin oder auch Filmkritiker Knut Elstermann. Wenn ihr Anregungen, Wünsche, Ideen habt, dann immer her damit. Wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback von euch und ansonsten bleibt mir jetzt noch zu sagen, viel Spaß mit der allerersten Ausgabe von Happy Endzeit. Ab sofort, jeden Freitag neu auf Tonspion.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.